Oh, ich hab die zweimal getroffen. Oh, jetzt fiegt sie wieder weg. Ich hab sie getroffen aus der Luft. Ja, das ist schön. Nicht, nicht, nicht. Achso, ja, 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 ja. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence aus der Lava-Höhle. Da unten ist ein Schwarzkristall. Oh, ich geh los. Achso, Klima auch aus, wa? Na denn? Hast du es schon gesichtet gleich? Die anderen halt alle schon in die Kiste packen. Ja, ja, ja. So, wir gehen wieder links rum oder rechts rum? Nee, geil. Dann gehen wir hier weiter. Mal gucken, was hier so... Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen nach den Kisten gucken, wa? Hm, heute sind mehr Kristalle. Ne Kohle. Kohle ist auch schön. Hier ist es in zwei Kisten. Zwei? Cool. Okay. Maus! Frisst! Ich habe dich gehört aus deiner... Was? Habt ihr die nicht gehört? Wo ist sie? Oben fliegt weg. Äh, Baumwollsamen war da auf jeden Fall drin. Jetzt kommt sie wieder. Wie ist sie wieder? Wie ist sie wieder? Wie ist sie wieder? Na, ich werde ja angegriffen. Wird ich nicht? Oh, ich habe die zwei Mal getroffen. Oh, jetzt fliegt sie wieder weg. Ich habe sie getroffen aus der Luft. Beim Schönen. Nicht, nicht. Achso, ja, 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 ja. Also, obwohl... Obwohl wir die eigentlich schon machen könnten... Ich habe noch anderes Wasser dabei. Binde, Medipack und so weiter. Ah, nur eh ein Fleisch. Okay. Ah, ich kann noch mal eh ein Verband herstellen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe 14 wieder. Ich habe schon wieder gefunden. Ich kann dir noch Verbände abgeben. Ich hatte zweimal Verbände. Jetzt glaube ich hier drin. Ich habe noch ein paar normale Wasser mitgenommen, dass ich die Dings nachfüllen kann. Ja, ich auch. Guck mal. Ja, ich habe gesehen. Aber ich wollte hier oben kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwo eine Kiste ist. Na, mach. Alter, habe ich mich erschrocken, als die Maus plötzlich geschnabelt hat. Noch ein Schwarzkristall, ey. Und jetzt nochmal ein Phosphor. Phosphat. Phosphor. Ich habe eine Kohle, die halb in der Lava hängt. Schaffst du. Hab ich schon. Naja, aber hier ist keine Kiste mehr. Ja, aber wir haben jetzt zwei Stück gehabt auf jeder Stelle gerade. Und? Ja. Gierig. Merkt das schon. So, wisst ihr? Ja, hier so, hinten. Ach da. Und jetzt hier wieder rüber, über den Weg. Ich bin ja oben lang und... Du hast schon Durst. Du hast Durst? Ich habe auch Durst. Aber ach, reicht noch. Ich muss nicht mal zu saugen. So. Ich weiß nicht, wo du... Ach da. Aber eben am Kreis sieht richtig. Da war ich schon. Da müssen wir trotzdem weiter in die Richtung. Da war ich schon. Hätten wir auch unten lang gehen können. Hättest du. Ja, du. Brauchtest hier nicht nochmal nachkontrollieren. Ich war hier schon. Musst nicht immer alles nachkontrollieren. Ist alles sauber. Hier ist kein Mensch. Ah, man weiß es nicht. Doch, man weiß es. Siehst du ja gerade. Ist neblig. Geh rechts lang. Mach ich ja. Ich habe Torbogen. Mach ich doch. Scheiße, Fledermaus. Ha, ha, ha. Soll ich lieber kommen? Kann die auch beim Fliegen schießen. Ich auch. Du hast das nicht glauben. Ne, glaube ich auch nicht so richtig. Ja, die letzten Male habe ich immer zu spät geschossen mit der Doppelläufigen. Mhm. Die schließe ich einen Ticken früher. Und das ist echt angenommen. Oh, da ist ein Feuer. Ich habe zwei Fleisch. Ja. Wir müssen, wenn da ein Feuer ist, müssen wir uns da was braten. Mhm. Da ist ein Feuer irgendwo hier bin. Na. Da hinten lang. War nicht. Hier hinten irgendwo über die Felsen rüber. Äh, da. Oh, so. Weit weg. Ja, ja. Wo bist denn du? Ach, da. Okay. Wir gehen hier erst mal hin. Rechts. Gucken, was hier so ist. Oh. Ist eine Kohle von mir runtergefallen. Bist du ja schon schreckhaft auf einmal. Du wirst ja da einmal gestorben bist. Nee, hat er nicht Angst vor Tod. Ich habe mich erschrocken vor Jiryll, was vor mir vom Felsen gefallen ist. Nur zweimal Kohle? Ach komm, Subsie. Gib mal noch ein bisschen. Hier kommen doch auch immer irgendwelche. Eigentlich waren hier auch... Oh. Habe ich doch gesagt. Das ist lustig. Den hast du auch nicht geschossen. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. Lass ihn brennen, lass ihn brennen. Sehr gut, sehr gut. Zwei nur? Nein. War nicht. Echt, ja? Kapus in den Rucksack. Kapus in den Rucksack. Oh, ein schwarz Kristall. Schön. Dann müssen wir aber die ganzen Kisten erstmal zusammensammeln, weil ich habe überall was verstreut in den Kisten, in den kleinen Basen. Hast du ja nicht die Klimaanlage ausgemacht? Ja, natürlich. Sehr gut. Bravelt Mädchen. Habeck würde sich freuen. Ja. Energiesparmodus an. So. So, hier sind wir durch. Keine Kiste? Nee, nee, wenig Kisten. Drei kommen noch, die kommen noch. Guck mal, ich habe jetzt schon zehn Schwarzkastalle in der Kiste. Vorne hatte ich glaube ich auch nochmal. Acht, sieben, neun, zwölf, dreifzig. Fledermäuse haben wir auch erfolgreich abgewehrt. Ohne Vergoften, ohne... Vergoften, siehst du, wir haben keine Vergoften-Tränke mit denen, oder? Nee, da müssen wir mitleben. Nee, haben wir nicht mit denen. Oh, verdammt. Ist mir auch schon aufgefahren, vorhin schon. Ah, warum hast du das nicht gesagt? Da liegt ein bisschen mehr Angst, ihr habt. Tja. Ah, verdammt. Oh. Hier hat Ener irgendwas nachgeladen, was nicht... Oh, da ist er. Puh, jetzt bin ich runtergefahren. Der ist tot, glaube ich. Ja. Der auch. Treffen wir eh mal. Mann, nun steh doch still, du Hund. Ja. Du Hund. Mehr nicht? Nö. Keine Schenker? Ey, wo ist das Feuer? Ach so. Wir müssen uns was braten. Ja, wo ist das eigentlich gewesen? Hm. Haben sie schon ausgemacht. Wir könnten das jetzt ja auf so ein Stöckchen machen und in der Lava haben. In der Lava, ja, ja. Aber geht leider nicht. Stellst du ein Stöckchen her und dann... Nee, aber wirklich, das Feuer ist nicht... Das ist eine Kohle. Die nehmen wir noch. Gerne. Hier ist noch eine Kiste. Und ein Schwarzkristall und eine Kohle. Oh je. Kiste links in Richtung Lava. Direkt schon. Legierungsblech. Schön. Bin durstig. Mhm. Tja. Hier komm, ich teile das Fleisch mal, bevor es schlecht wird. Brauch kein Spinfall. Mit... mit äh... Proteine? Jupp. 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 Das Beko wieder voll. So, na denn? So, du gehst ja... Oben lang, links lang und... Äh, rechts lang. Wir gehen links rum. Oh, hier ist doch noch irgendwo so'n... Oh! 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 Der ist tot. Oh, 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 oh! In welche Richtung? In Ordnung? Wiss ich nicht, der ist tot. Mehr ist nicht. Wir haben eine Binde. Ach doch, nicht wegen dem bisschen... Kann ja nicht bloß Ena sein. War man nur Ena. Nee. Nee. Kommen Sie? Nee. Ich hab nachher lagen. Da brennt Ena links unten. Da ist eine Kiste. Darf ich schon? Nee, der brennt noch. Ja, mach die Kiste. Der stirbt gleich. Bei zwei sind auch noch zu wenig, oder? Ena ist noch. Äh, hier gab ein Vergoffnungstrank. Na, ist egal. Komm, da ist noch Ena. Ist nicht egal. Freuen wir uns. Der rennt noch ein bisschen. Ah nicht, was brennt. Vielleicht stirbt er. Der stirbt bestimmt. Wenn wir uns hier verstecken. Zack, dann können wir Rucksäcke einsammeln. Na süße. Oh. Wo sind sie? Hier ist Ena. Hier ist Ena. Da. Oh, da bleibt er. Okay, noch Money für dich. Ich hab schon wieder zehn Bretter. Make-up, äh, fünf. Ich hab auch schon ausgepackt. Sogar. Na. So, was haben wir hier noch schön? Ist das noch eine Kohle? Ja, ist noch eine Kohle. Hier auch. Zwei. Okay. Oh. Oh, ein Kistchen wär schon noch schön. Oder? Hier hat man immer keinen Zeit, die Fühle in der Höhle, ne? Ne, dat stimmt. So, Kohle. Noch eine. Zack. So, muss ich da hinten lang, oder? Ja, guck, wir sind schon eh ne Runde rum. Ich bin hier hinten in so einem Loch. Oh, ey, das ist ne Kiste. Wo bist du? Ja, hier, wo ich war, wo die Kohlen sind gewesen. Geh mal weiter nach Hause. Ich weiß doch nicht, wo ich zu Hause ist. Immer am Rand lang. Ja, bin ich hier irgendwo im Dunkeln, in diesen Hintergängen. Da bist du nicht lang. Nee, das stimmt. Aber hier ist ne Kiste. Dann mach ich die alleine auf. Oder wat? Oh. Da hakt das schon schön. Ja, ganz fleißig. Kaum Kiste, sagt schon so nach. Ich geh hier nimmer. Wir haben da noch nicht alle gesehen grad. Eine Runde haben wir gemacht. War falsch irgendwie, glaube ich. Ja, komm, wir können hier nochmal in den Gang reingehen, wo wir hergekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass so schnell hier wat respawnd. Außer die komischen Grubenarbeiter hier. Oh, vielleicht haben wir ja Glück. Nee, hier ist noch nicht, glaube ich. War das hier? Da ist ne Kiste. Echt? Die war vorhin, glaube ich, noch nicht da. Weil hier bin ich in den Boden, glaube ich, extra weniger. Hier, wir haben ja nicht gesehen, wir sind so weit am Abend. Wir haben ja gar nicht langgegangen. Und hier, für dich. Dann gehen wir nochmal ne Runde rum und dann... Ja, machen wir jetzt noch ne Runde und warten ein bisschen oder gehen wir wieder zurück? No. Wir müssen noch länger machen, auf jeden Fall. Na, dann müssen wir auf jeden Fall noch, äh, einen halben Tag mal warten oder so, bis der respawnd wieder da ist. Ja, wir können ja auch erstmal auspacken, wahrscheinlich, eben mal. Ja. Ein bisschen. Ja, hier hoch, glaube ich, brauchen wir nicht mehr gehen. So weit. Ja, hier ist nichts. Ja, ne, hier ist noch nichts. Noch nicht mal ein Pilz. Ja, dann packen wir mal erstmal eben mal aus und richten uns ein bisschen. Dann rufen sie sich, Sasan, machst du tot? Ja, der ist schon verschwunden. Ja, der kommt gleich wieder. Warte, warte, warte. Ja. 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 Ja, die laufen doch immer so ne Bahn, ne? Der war doch eben mal schon fast hier oben. Ja, kommt er links lang oder rechts lang? Da unten läuft das? Ja, wieder hinterm Felsen. Ja, aber der kommt jetzt bestimmt da hoch hinterm Felsen. Das müssen doch dann zwei sein, oder? Drei sind da unten. Links sind die anderen. Warte, der kommt hierher. Noch. Wende. Brennt schön. Die anderen? Der brennt noch hier unten irgendwo. Unter dem Felsen. Da hinten rennen sie am Wasser. Halt nicht ertroffen, ja? Wo ist er? Da, rechts. Oh, läuft genau zum Felsen, ey. Der Idiot. Die haben mir Granate geworfen. Den hast du auch nicht geschossen. Ich seh ja keinen. Direkt in der Kuhle. Nee, jetzt ist er da. Wo rennst du denn hin? Ich hab Stein angezündet. Lass mich. Lass mich. Nee, lass mich. An neuen Gewehr. Ich hab's nicht mehr draußen. Sie freut sich. Stirb. Oh, wie weit der wegrennt. Zack. Oh, ich komm mir in den Rucksack. Du holst hier die Kohle, wa? Ich hol mir die Kohle. Hier liegt dein Rucksack. Zack. Kommt da bestimmt gleich wieder eine Maus. Oh, Rucksack. Oh, schon wieder viele Brettchen. Das ist schön. Und hier hinten irgendwo war Kokel, so in der Linie, ja? Neun Bretter. Nur Süße. Oh, wir müssen auch mal gucken, was hier noch so rumliegt. Da ist noch ein Phosphat. Phosphor. Tun wir mal noch. Ja, Mäuschen muss ja auch irgendwann mal kommen. Gehen wir den gleichen Weg, oder? Ne, wir gehen den gleichen Weg rum, ne? Wieder rechts. Steifen Nappen. Wir können doch nicht die Flügel schwingen. Nee, gar nicht. Wohin, das eigentlich so sein müsste jetzt. Hier. Ne, nicht hier. Warte mal. Ist nix? Da ist noch nix. Schön. Da unten laufen sie schon wieder. Ja, stimmt. Ist noch eine Kohle. Oh, Fledermaus. Zu dir. Hoppala. Kapps. War nicht vorbereitet, noch nicht. Er hat dich die jetzt? Ah ja, komm ich jetzt. Echt, ja? Ach. Ja, du, du bist in Verband. Ja, aber so lange... Ach so, wegen Verband. Aber ich hab noch 13. Braucht die selten. So. Hier oben nochmal kurz einen Blick werfen. Nix, 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 nix. Ich hab doch normales Wasser mitgenommen zum Gefüllen immer. Wo waren die denn? Da drüben noch, oder? Mhm. Boah, da ist keiner mehr zu sehen gerade. Doch, da drückt... Ah, nicht, bist du. Da müssen sie aber irgendwo sein. Aber warum wird sie riskieren, ja? Ah, die haben Bretter. Weg sind sie. Weg verspawnt. Ja. Kann natürlich sein, dass die plötzlich weg sind. Aber es sieht nicht so aus, als wenn sie draußen gerade Mitternacht war. Ah! Aber hier war er da irgendwo, oder? Das war gut getroffen. Kohlenrucksack. Wo, 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 wo? Weg hier, weg hier, weg hier. Kann ja nicht. Wenn der auf mich schießt, gucke ich da nicht zu. Oh Gott. So, jetzt können sie uns doch mal ein bisschen entlohnen hier, mit einer Kiste, oder mit ein bisschen Schwarzkristall. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, wir waren zuzeitig unterwegs. Ja, glaube ich auch. Aber sehr ehrlich, die Banditen haben ja auch noch ein bisschen was abgeworfen. Gehst du oben lang? Ne, jetzt geht's ja hier runter. Ja, da gehen wir runter. Ich bin da schon drin. Ah, ich bin hinter dir. Achso. Aber ich glaube nicht, dass er so schnell spawnt. Ne. Oh, fuck. Auch nicht schossen. Tot. Tot. Retter. Okay, wenn nicht, nehmen wir eben die. Ist okay. Aber hier ist nichts weiter. Hier können wir jetzt hochkrebeln in die südliche Höhle. Aber da könnten wir noch ein paar Kristalle farben. Ein paar normale, aber... Ne, wir haben ja unten in der Kiste was. Ja, eben. Wir müssen eigentlich den Weg wieder zurück. Eigentlich schon. Nein, gut. Gehen wir jetzt rechts rum die Runde zu Ende, oder? Ja. Gehen wir wieder zurück? Aber ich sag jetzt mal, da gibt es noch keine Schwarzkristalle mehr, aber... Was hatten wir da drin? 25? Ja. Oh, das war ja erst mal okay. Vielleicht finden wir noch mal eins. Wir haben jetzt so knapp 30, ist jetzt schon in Ordnung. Binde gut. Wir hatten schon mal nur 8. Ja. Weil du kannst ja... Ich glaube, diese... Zum Reparieren von den Quads, die Teile, was brauchten die denn immer? Zwei? Zwei Schwarzkristalle? Irgendwie so diese schweren... Diese schweren Teile. Kann natürlich sein, dass nochmal eine Fledermaus kommen war. Ich mache mir eine Kiste. Kapott. Kaputt In der Lava Die ernten wir jetzt nicht Nee Hast du den Vergoffnungstrank benutzen müssen? Nö Das ist gut Der kann ich und ich muss mit der anderen glaube ich schießen Ich weiß nicht immer mit welcher ich immer geschossen habe Wenn du noch was brauchst, Verbänder oder Trinken Nö Nö, leider nichts mehr zu ernten hier Nee, ist wirklich Aber dann ist es so Trotzdem, man kann sich ja nicht beschweren Wir haben ja eigentlich Von allem Wo bin ich denn jetzt? Ist das hier richtig? Mal weiter in Richtung Westen Ja Ich bin schön Zu früh Zu früh losgegangen Ja Keine respawn Konnten ja nicht so lange jetzt da warten So Dann packen wir uns mal wieder voll Ja Und kühlen uns noch mal ein bisschen ab Noch einen Schluck Na ja Ein bisschen abkühlen und dann können wir los Ich nehme mal die ganzen Sachen hier Ja, ich hab schon die Hälfte eingepackt Beim nächsten Mal müssen wir auch mit dem Sprit mitnehmen hier So Boah, wirken ja die so wenig Leben Hm Dann mach ich mal aus, wa Dann gehen wir los Ich bin schon über weit Achso, okay Die könnten ja auch noch mal ein paar stehen Ja, ich glaube jetzt sind so welche da Vielleicht noch mal so ein Erzchen So ein Scheideärzchen Nee, wa Sieht nicht so aus Doch, 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 doch Oh, perfekt Schön So, jetzt haben wir 29 Ach komm, das geht Find ich auch 29 Vielleicht noch ein Kistchen Da entfällt es zu viel des Guten, wa Oh Ich hört Er erinnert seine Knarre nachher Und ich wart nicht Da kommt er Da drüben Brennt er hin und her Gesehen Ganz wild ist er Lass ihn brennen Er ist schon tot Da kommt der Nächste Und da ist noch ein Schwarzkristall Nee, ein Schwarzkristall würde es nicht sein Ich seht Achso Ist er hüpft Und er stirbt Na dann Haben wir nur zwei Tada Noch in Rucksack Dann lauf doch Du Hier ist ne Kiste Hier ist ne Kiste Aber nur zwei ist ein bisschen komisch Vielleicht ist er wieder irgendwo Abgestürzt Dann ist ja irgendwie ein Rucksack Oder der ist oben Wenn man hochkommt Oh je Na dann mal los Vielleicht waren nur zwei Nachher spawnt Und der dritte ist erst im Spawn Solange es hinter uns ist Ist es alt gut Ah Ich glaube ich habe nur Einen wenig Güte gebraucht Oder D2 Ich glaube ich Ich hatte auch nicht viel Aber sechs Verbände Ich habe gebraucht Ja, ich glaube ich habe auch Bis jetzt Wir haben ja noch mal ein bisschen Da ist er Also noch mehr Reh, reh, reh Uh, nice, nice Noch einer Alter Schwede Was für die Metze Ah, jetzt Okay, ich habe noch ein Medi-Pack gebraucht Und ein Verband Oh, was für eine Überraschung Oh, es war doch gut Lief Wenn wir uns nicht Wenn wir uns nicht selber töten Dann läuft es So, das haben wir 35 Bretter Ich habe die ganze Zeit gesammelt Aber meine Zehen erhöhen sich nicht Ich weiß nicht, ob das so richtig ist Da haben wir 45 Bretter Ja Und in der Kiste oben liegen glaube ich auch noch welche Das sind fast 150 normale Holzdinger Naja, wenn wir jetzt noch ein paar hier Banditen noch töten Jäger Gruppen Dann kommen vielleicht noch mal zehn dazu Die Maus muss ich jetzt nicht noch mal haben Ja Werden wir aber bestimmt noch mal haben Oh, da ist noch mehr Kohle, Kohle Oh, hier kann ich ja meine Flasche erst mal auffüllen Ja Mit der Kohle habe ich noch 14 in der Tasche Ich habe 85 89 85 Fledermaus Ich sehe sie nicht So spät, ich bin verkoffen Ganz gleich ein Traum Warte doch Doch noch mal verkoffen Da ist noch eine Kohle 100 So, ich nehme jetzt den Trank Warte Kletter Eisenbaum oder weniger Ich hoffe nicht So Na denn Wo bist du denn jetzt wieder hingelaufen? In Richtung Nordwesten Wieso von da sind wir da eben gekommen? Hier müssten noch Feinde sein Kommen noch mal Bestimmt Vorne in der großen Halle Kommen die bestimmt noch mal Okay Warte Was ist ein Pistoll? Wasserfall hoch Links Ja Da geradezu in Richtung Norden Das ist noch eine Kohle Zwei Kohle Aber wir gehen erst mal Richtung Balkon Oh Drei, vier Kohle Ei, ei, ei Links ist noch ein Kristall Kohle, Kristall Und gehen wir in der Mitte zur Kohle Cool Vier Stück waren nicht, oder? Vier Kohle Weiß nicht Drei Auf jeden Fall Die Hänge gesehen Und ihr hört Gibt es noch eine Kohle In Richtung Und ein Erz Richtung Nordwest Zwei Erze, Silana Also Kristalle Nicht Erze Hier ist auch noch einer Unten noch eine Kohle Unten noch ein Phosphat Krass Oh, beschenkt uns ja einen schönen jetzt Oh, ich muss noch zum Balkon Zwölf Zahnräder haben wir schon wieder Ist noch eine Kohle Oh, ist ein Lagerfeuer Komm, wir töten nochmal Warte Geh mal raus Und gehen am Wasser Links Am Wasser Hier auch vor Ort Hey, kriegt ihr uns Wo sind die anderen? Schon in der Ecke, wa? Noch ein Zahnrad 14 Ah, hier kommen sie Alle Schossen brennt Kaputt Wer gibt's nicht Okay Reicht ja Die kochen nicht Ist noch eine Kohle Die ist auch noch eine Kohle 120 Na, ich hab aber auch nochmal 40 in der Tasche Also Kohle haben wir echt viel Rausgeschäffelt hier Sau, Arschbomber Zack Zack Na, wer ist da? Hier wollen wir noch nicht gucken Rausgeschäffelt hier Räuchte Rausgeschäffelt hier So, Kristalle Hab ich Das ist alles in der Tasche In den Dingern Und ich hab Nur 120 Kohle Und 13 Zahnräder 49 Ja, Kristalle haben wir nicht viel 76 Oh, reicht doch Mit einer 41 Kupfer Und 35 Von diesem Zink Ja Dann haben wir Von Kalium Haben wir auch 53 27 Phosphat Und 29 Von den Schwarzkristallen Mhm Geht Zwei Zahnräder halt noch 35 Bretter Also ist nicht so schlecht Ne, find ich auch So Brauch ja mal einen Tauch Oder 23 Bretter Oh Voll Dann Äh Na gut, dann machen wir hier Schluss Wir tauchen Nachher noch nach oben Und Jo Dann sehen wir uns bald wieder In der nächsten Folge Bis dahin Haut darin Ciao Bis dahin 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 Bis dahin